Der Bitcoin-Kurs steht bei knapp 75.000 US-Dollar und ihr seht es hier neben mir, der Kryptomarkt eskaliert komplett, er explodiert und Bitcoin hat ein neues Allzeithoch und was das bedeutet, wisst ihr, denn jetzt beginnt die spannende Phase der Preisfindung. Der finale Bullrun, meine Prognose für die Woche, für die kommenden Monate, die werde ich euch jetzt natürlich präsentieren, auch mit Blick auf die Altcoins. Wichtige Anmerkung schon mal vorab, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist das Wahlergebnis noch nicht 100% sicher, bei der Bewegung könnt ihr euch aber denken, dass Trump womöglich der neue Präsident in den USA geworden ist und die Märkte eskalieren. Also ob das nur eine kurzfristige Flamme ist oder mehr, finden wir zusammen heraus, deswegen zurücklehnen, anschnallen und viel Spaß beim Feiern. Hallo Leute, herzlich willkommen zu den Bitcoin2Go News. Ihr könnt doch nicht ausmalen, wie oft ich jetzt angesetzt habe, um doch noch die 75.000 mit drauf zu bekommen und es ist der absolute Wahnsinn und was soll ich sagen, exactly as predicted, wie jetzt die Twitter-Leute sagen würden, genau wie prognostiziert. Ja, ist natürlich klar gewesen, dass das irgendwie eine self-fulfilling prophecy wird, dass wenn Donald Trump vorne liegt oder eben Präsident wird, wie es gerade aussieht, dass dann wir so ein Bild erleben dürfen. Und wir gucken mal rauf auf die Kacheln und gleich kann ich euch versprechen, gehen wir nochmal in den Altcoin-Markt rein, denn ihr seht natürlich jetzt hier extrem starken Schwung an allen Ecken und Enden. Sui gerade einer der Gewinner, auch hier viel Meme-Action, genauso wie auch bei Solana. Ich glaube, heute Nacht sind bestimmt 50.000 Donald-Trump-Memes entstanden und wieder verschwunden und ich habe die Nacht gefühlt durchgemacht, um das hier miterleben zu können, denn beim Allzeithoch wollte ich natürlich live dabei sein. Nehme ich euch jetzt mal mit auf die Reise und was soll ich euch sagen, ich habe es bei Twitter geteilt, das hier, liebe Leute, nennt man eine God-Candle. Es ist nämlich ein Durchmarsch durch diesen Widerstand bei 70.000, bei 72.000 und natürlich dann bei 74.000 knapp und wir haben ein neues Allzeithoch markiert. Stand hier mit den Daten von Coinbase, die ich auf der Stundenbasis habe, waren wir auch knapp bei 75.000, also wirklich genau dran und jetzt ist natürlich die Frage offen, geht diese Reise weiter oder nicht. Ich werde gleich in meiner Prognose dazu mehr geben. Übrigens, positives Szenario, was wir am Montag noch erlebt hatten, hatte ich auch darauf hingewiesen, dass wir hier die 200er eben als positives Momentum mitnehmen konnten. Übrigens, diese Bewegung hätte auch nach unten passieren können, wenn das Ergebnis anders laufen würde. So, das muss ich jetzt mal wegxen, weil das brauchen wir gerade gar nicht. Wir gucken kurz auf die ETF-Daten. Die waren nämlich in den letzten zwei Tagen extrem schwach. Die aktuellen Daten von gestern haben wir noch nicht ganz drin. Ich bin nicht sicher, ob hier wirklich jetzt schon alles mit dabei ist, aber es scheint so zu sein. Hier ist bei iBit halt noch ein Strich und ihr wisst, dass iBit, also der von BlackRock der ETF, die wichtigsten Daten beinhaltet. Es gibt aber wichtige als den ETF. Ich wollte hier nur nochmal untermauern, dass D-Risking war da. Dass die Dinger jetzt grün werden heute bei den Kursen, kann man sich wohl sehr gut vorstellen. Beim Ethereum ETF haben wir keine aktuellen Daten, aber auch hier sehen wir ein krasses D-Risking. Haben wir vor allem am 4. gesehen, nämlich am Montag. Großer Sell-Off, weil eben viele die Chips, sag ich mal, vom Tisch genommen haben. Genau das, was ich im Video euch auch gesagt hatte. Und bevor wir jetzt auf das wichtigste Thema kommen, noch ein paar News an der Seite, die ich noch mitgenommen habe. Nämlich zum Beispiel auch, dass die Bewegung bei Mt. Gox, die Wallet hat sich wieder bewegt. Es wurde aber wohl in ein Colts-Deutsch verschoben. Viele hatten jetzt befürchtet, oh, jetzt kommen die Verkäufe. Bei dem Markt werden diese Verkäufe so, mit Kusshand genommen. Da wird keiner verkaufen. Oder vielleicht schon der eine oder andere sagen, okay, all time high, ich bin raus. Aber was auch immer da kommt, Leute, let it go. Es wird sowieso passieren. Ich habe ansonsten gleich noch was Spannendes herausgefunden. Beziehungsweise, ich bin nicht gut vorbereitet. Ich spoiler zu viel und bin zu viel Schlafmangel. Deswegen seht es mir jetzt schon mal nach. Aber vielleicht mit weniger Versprechern heute. Wir gucken auf die US-Wahl. Die aktuellen Ergebnisse. Und ich mache da nochmal einen Refresh rein. Ich habe hier zwei Quellen mit zu Rate gezogen. Die womöglich so mit am aussagekräftigsten sind. Wenn wir uns jetzt mal AP News angucken. Hier sieht es aus, als gibt es noch ein knappes Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Entscheidend werden natürlich die Swing States, die zum Teil noch ausgezählt werden. Und da muss ich jetzt schon mal direkt vorab sagen. Wie gesagt, zur Aufzeichnung des Videos steht das Wahlergebnis noch nicht fest. Ganz wichtig. Aber die Marktreaktion seht ihr natürlich schon entsprechend. Und die Wahrscheinlichkeiten für Donald Trump sind extrem gestiegen. Wenn wir dann ansonsten mal Decision Desk HQ nehmen. Viele Twitter-Leute nehmen das als Vorlage. Da sieht man, dass vor allem eben die Swing States natürlich auch noch ausgezählt werden. Wenn wir aber mal die Gewinnchancen uns anschauen. Dann liegt, ich muss natürlich groß machen, Leute. Sag doch was. Dann liegt Donald Trump bei fast 90 Prozent. Das ist jetzt gerade in den letzten Minuten nochmal ein bisschen zurückgelaufen. Aber das ist ziemlich deutlich. Und auch insgesamt liegen gerade die Prognosen auf Sieg für Donald Trump. Und entscheidend sind dann eben wirklich die Staaten, die noch nicht ausgezählt sind. Pennsylvania zählt dazu. Und hier lag Trump jetzt in den letzten Minuten, in der letzten Stunde vorne bei den Auszählungen. Aber wichtig, das finale Ergebnis wird sowieso erst noch in ein paar Tagen erst geben. Weil dann erst final alles ausgezählt wurde. Vermutlich steht das Wahlergebnis dann aber auch schon fest. Weil es vielleicht dann doch nicht ganz so eng ist, wie vielleicht der eine oder andere erwartet hat. Beziehungsweise Trump hier die wichtigen Swing States, die vorher schon genug ausgezählt werden. Dass das vielleicht dann schon reicht an der Stelle, um hier schon den Präsidenten zu verkünden. Ja, ansonsten Polymarket, das war ja ein großes Thema auch in den letzten Wochen. Gerade bei Krypto-Twitter wurde sehr viel geteilt. Hier ist es ja auch nochmal zum Ende ein bisschen enger wieder geworden oder enger gelaufen, weil einfach viele ihre Wetten aufgelöst haben. Jetzt stehen wir bei 95 Prozent und nur noch 4 Prozent für Kamala Harris. Das ist auch bei anderen Wettbüros und Wahrscheinlichkeiten so. Wie gesagt, da liegt Trump gerade überall vorne. Und die Marktreaktionen sind darauf eben zurückzuführen. Was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet für uns, oder was heißt uns? Das bedeutet für den Kryptosektor allgemein, dass wir womöglich einen Präsidenten bekommen, der Krypto positiv gegenübersteht. Ich hatte im letzten Video, ihr könnt es euch gerne nochmal genauer angucken, die Szenarien aufgezeigt. Was passiert bei Trump? Was passiert bei Harris? Und wie stehen die eigentlich politisch zueinander? Da hatte ich dieses Dokument auch geteilt. Und da findet ihr so den Trend. Und grundsätzlich steht die Trump-Administrative, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so nennen soll, aber auf jeden Fall die Riege rund um Trump. Ja, pro Krypto. Ihr habt die ganzen Auftritte auch gesehen. Und ich glaube, das wird dem gesamten Markt gut tun. Und worum habe ich jetzt gerade hier das Bild gezeigt? Hester Pierce ist ja so die Krypto-Mom, die ist ziemlich beliebt auch bei Krypto-Twitter und setzt sich sehr stark auch für Krypto und Bitcoin ein. Und die sind Spekulationen hier, die Cointelegraph aufstellt. Keine bestätigten Quellen, das werden wir dann alles nach und nach sehen. Könnte die neue SEC-Chefin werden und damit Gary Gensler beerben. Das wäre natürlich super, wenn die SEC hier mal auch dann klare Schritte macht, die auch eher vielleicht pro Krypto und nicht so anti-Krypto sind, wie das jetzt zuletzt in den letzten vier Jahren vor allem die Agenda war. Und vor allem kriegen wir dann vielleicht auch wirklich endgültig eine Entscheidung, welcher Token ist denn jetzt was? Denn das bringt wiederum Rechtssicherheit, das bringt Investitionssicherheit und das wird am Ende mehr Leute bedeuten, die in den Krypto-Sektor sich auch platzieren und ihr Portfolio entsprechend diversifizieren. Also der Hinweis, guckt auf jeden Fall regelmäßig die Videos, es lohnt sich. Da zeige ich euch immer viele Szenarien und Wahrscheinlichkeiten. Und wir gehen jetzt nochmal weiter im Text. Vorab aber der Hinweis zu Bitwavo. Bitwavo, da bekommt ihr noch 10 Euro Willkommensbonus. Auch ein Bonus übrigens, wenn ihr euren Account migriert. Das heißt, wenn ihr schon mal bei Bitwavo wart, dann könnt ihr jetzt als deutscher Nutzer zu Bitwavo Powered by Hive migrieren. Das ist der neue deutsche Service. BaFin reguliert, alles safe, alles gut, deutsche Bankkonten. Und habt ihr nicht gesehen, alles was ihr euch immer gewünscht habt und auch die BaFin sich gewünscht hat. Dort gibt es über 300 Kryptowährungen und vor allem wirklich günstige Gebühren. 0,25 Prozent, super transparent für mich, auch das beste UI für Einsteiger und auch für Erfahrene. Und der Sparplan auch sehr geil und schnell eingerichtet. Da habe ich eine Anleitung zu. Ihr kriegt den Bonus für uns die beste Börse, basierend auf unseren Kriterien. Wir haben ja wirklich einen Cheat. Das zeige ich auch nochmal. Ich habe auch ein Video dazu übrigens auf dem Kanal. Da könnt ihr das sehen. Ich habe es auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Über 60, 70 Kriterien, um Kryptobörsen einzuordnen. Und da könnt ihr auch gerne in unserem Kryptobörsenvergleich, findet ihr auch unten in der Beschreibung. Oder gerne einfach mal googeln. Kryptobörsenvergleich, Bitcoin2Go oder einfach Kryptobörsenvergleich. Sind wir glaube ich auf Platz 2 gerade aktuell. Dann könnt ihr euch da mal durchklicken und wirklich in Ruhe gucken, welche Plattform ist die beste. Kryptotrading zum Beispiel, wenn ich mehr Future und Hebeltrading gehen will, darf ich aber einen unregulierten Service habe. Bei Kryptobörsen hingegen regulierte Services, wo man auch Coins verwahren kann. Wir gucken jetzt aber auf den S&P 500 und gehen mal ein bisschen weiter im Text. Der hat sich nochmal ein bisschen erholt. Der hat ja auch den De-Risk-Modus und hatte gestern dann nochmal so ein bisschen einen positiven Effekt. Wenn man sich jetzt die Future-Märkte anguckt, dann sieht man auf jeden Fall, dass auch die Aktienmärkte sehr positiv auf Trump reagieren. Und das ist, ich will es gar nicht sagen, aber das, was ich prognostiziert habe, weil es klar ist, es gab ja auch genug Aussagen darüber, dass zum Beispiel der S&P und der Finanzmarkt einen Trump-Sieg auch schon ein wenig eingepreist hat. Die 6.000 Punkte könnten damit also näher rücken. Für mich ja erstmal das erste erklärte Ziel in diesem immer noch laufenden Bullrun, der aber womöglich jetzt auch mit Trump nochmal einen kleinen Knick bekommen könnte. Gleich dazu im Ausblick mehr. Kurzer Blick auf die Fakten noch für diese Woche. Ich hatte es ja am Montag schon drin. Wir kriegen am Donnerstag noch die Fed-Interest-Trade-Decision. Die Fed wird jetzt nochmal die Zinsen senken. 25 Basispunkte sind wahrscheinlich. Und nächste Woche oder in den nächsten Wochen kommen dann auch wieder Inflationsdaten. Und es kommt übrigens auch noch Nvidia, das sicherlich auch nochmal für den Markt nicht unwichtig ist. Wenn ihr da nichts verpassen wollt im Finanzbereich, folgt mir gerne auf meinem Finanzkanal. Ich versuche immer noch händeringend die 20.000 bis zum Jahresende zu erreichen. Ich kann euch ja mal sagen, das Monatswachstum ist so bei 600 Abos. Würde jetzt nicht reichen. Also deswegen, wenn ihr da ein bisschen Support rüberschicken wollt, würde ich mich mega freuen. Gerne auch hier auf dem Kanal liken, interagieren, kommentieren. Mit mehr als sieben Worten. YouTube honoriert das extrem aktuell. Und das freut mich natürlich sehr, wenn auch mein letztes Video gecancelt wurde vom Algorithmus. Ich weiß nicht warum. Das war eigentlich ganz nett. Aber vielleicht auch nicht. Könnt ihr dann entsprechend kommentieren. Vielen Greed-Index ist bei 70 unterwegs. Sie sind im gierigen Bereich. Der wird wahrscheinlich noch ein bisschen heißer kochen jetzt die Tage. Die Volatilität ist aber weiterhin da. Wenn ihr aber glaubt, das bedeutet jetzt krasse Suchanfragen, kann ich euch beruhigen. Der Retail ist immer noch nicht da. Manche sagen natürlich auch, kann man nicht so vergleichen. Natürlich nicht. Bitcoin ist immer mehr ein Begriff. Trotzdem Leute, ich kann euch eins versichern. Ich mache das SEO-Geschäft, also die Website-Optimierung, dass man bei Google auffindbar ist, jetzt schon ein bisschen länger. Also ich beschäftige mich intensivst mit dem Google-Algorithmus, Trends und wann man auch eben etwas entsprechend absehen kann. Was ein sehr wichtiger Faktor auch gerade im Kryptosektor ist, weil da eben auch der Retail immer noch einen großen Einfluss hat. Der übrigens auch viele der ETFs kauft. Ich glaube, dass das auf jeden Fall jetzt mit dem Allzeithoch dann noch weiter aufflammiert. Dafür muss das Allzeithoch natürlich gehalten werden. Dafür muss Donald Trump die Wahl wirklich auch final gewinnen. Um zumindest kurzfristig dieses Szenario einzuleiten. Nochmal der Hinweis, gleich dazu nochmal mehr. Jetzt nochmal kurz. Die Bitcoin-Dominanz, die steigt jetzt gerade aktuell weiter. Wenig verwunderlich. Der Blick bleibt natürlich auf die Größte aller Kryptowährungen. Wenn auch heute viele Altcoins gewinnen, glaube ich nach wie vor, dass hier die Bitcoin-Dominanz erstmal noch weiter zulegen wird. Denn wenn dieses bullische Momentum aufrechterhalten bleibt, dann wird es auch für Bitcoin so kommen, dass der Kurs natürlich im Verhältnis zu Altcoins stärker steigt. Altcoins teilweise vielleicht dann jetzt auch schon wieder schnellere Gewinne mitgenommen werden und wir so vielleicht wirklich auf 65 bis 70 Prozent noch hochlaufen könnten. Da sehe ich für mich dann aber auch den Wendepunkt. Und der wird dann entscheidend oder wichtig für diejenigen, die in Altcoins platziert sind. Ob langfristig, mittel- oder kurzfristig. Ich sage ja immer, lieber nur kurzfristig in Altcoins investieren, Narrativen spannende Geschichten mitnehmen. Denn so funktioniert das Spiel letztlich. Ich führe das jetzt gleich nochmal näher aus. Hier seht ihr nochmal die Dominanz und die Prognose von Red Capital, die ich ja auch im letzten Beitrag hatte. Und dass eben gerade die 70 Prozent schon ein wichtiger Faktor sind, aber nicht unbedingt zwingend erreicht werden müssen. Das ist ja ganz klar, weil es gibt ja immer mehr Coins und dann wird es für Bitcoin natürlich auch immer schwerer. Ansonsten, die Altcoin-Season und trotzdem ist die Dominanz wirklich krass dieses Jahr. Altcoin-Season ist deswegen halt immer noch nicht wirklich da. Wer heute allerdings auf die Kurse guckt, der wird sich sagen, ey, das ist er doch, der Bullrun, auf den wir alle gewartet haben. Und ich will auch wirklich nicht die Euphorie bremsen. Es ist auf jeden Fall erstmal eine sehr schöne Momentaufnahme und so auch zu erwarten. Jetzt muss ich aber zeigen, wie wird die Wahl wirklich verarbeitet, wie wird das Ergebnis verarbeitet und reicht dann dieses bullische Momentum und wirklich diesen finalen Bullrun, und ich sage jetzt schon mal final, nicht überdramatisiert, aber irgendwann ist er halt eben auch vorbei. Und da sehen wir aktuell Gewinner Dogecoin. Warum Dogecoin? Elon Musk ist einer der großen Befürworter von Donald Trump und der ist ja auch Doge-Fan, wenn auch er das auf einer Bühne jetzt schon mittlerweile wieder ein bisschen deutlich zurückgefahren hat. Aber Dogecoin profitiert dann natürlich auch. Uniswap ansonsten sehr, sehr stark unterwegs. Warum sind die stark unterwegs? Erinnert euch an die SEC, wenn es da einen neuen Chef gibt, wird vielleicht auch die ganze Palawa zurückgezogen von wegen, was ist jetzt ein Wertpapier und was nicht. Und das könnte dem Kurs jetzt zugutekommen. Das ist zumindest mal meine Spekulation. Doge-Fan, Bonk, Popcat, das sind dann alles Memes, genauso wie Brett und Jupiter. Insgesamt muss man auch sagen, Uniswap und Jupiter profitieren heute natürlich auch extrem davon, dass eben heute und auch in den letzten Tagen wieder tausende Meme-Coins erzeugt werden und sehr, sehr viel Handelsvolumen da gerade vorherrscht. Und das sind halt die Orte, wo man dann die Coins sich kauft, wenn nicht auf einer Kryptobörse entsprechend, also einer zentralisierten. Sui ansonsten kann er davon auch profitieren. Also das ist noch nichts, wo man jetzt einen Trend erkennen kann. Das ist einfach da, wo gerade die Musik ist. Und das sind Memes. Ihr seht ja auch hier AI-Memes gerade trending bei CoinGecko. Und dann kommen wir eben genau zu diesem wichtigen Moment, der Money-Flow-Cycle. Und ja, der ist nicht mehr so krass wie in der Vergangenheit. Es wird diese krasse Altcoin-Season von Monaten, wo du blind auf jeden Coin gehen kannst, wird es so nicht mehr geben. Aber natürlich die Narrativen funktionieren und grundsätzlich auch der Money-Flow, der allerdings durch die ETFs deutlich gebremster ist. Retail-Investoren, die Fiat haben, gehen in Bitcoin, aber nicht mehr nur in den Coin, über eine Kryptobörse, sondern vielleicht einfach über einen klassischen Broker in den ETF. Und da endet die Reise dann. Denn dort kannst du keine Altcoins kaufen. Da kannst du maximal noch Ethereum-ETF kaufen. That's it. Und ich glaube, deswegen hat sich das auch so ein bisschen verändert. Nichtsdestotrotz, es kommt gerade vor allem viel Geld auch von unten rein, nämlich von den Memes. Und das wandert dann im Risk. Die Risk ging wieder hoch und tendenziell dann auch nochmal wieder weiter runter. Also der Cycle interessiert, existiert immer noch. Ich habe ja gesagt, Leute, ist früh. Ist noch vor sechs. Und wenn man da nochmal als Tipp oder ich euch einen Tipp mitgeben darf, guckt gerne auf meinem Kanal. Da habe ich für euch extra Playlists erstellt. Erstmal natürlich auch hier Hinweis auf diesen Kryptobörsenvergleich, von dem ich gerade geredet habe. Auch der Artikel ist da drin. Die ganzen Tests zu den verschiedenen Börsen mit Anleitung, pay-pa-po. Genauso aber auch Guides und Ratgeber. Sieben Tipps zum Start, wenn ihr jetzt Anfänger seid und jetzt denkt, das ist der Moment für Bitcoin. Jetzt kaufe ich. Dann guckt euch auf jeden Fall diese Tipps an, was ihr unbedingt beachten solltet. Ist jetzt der beste Zeitpunkt oder nicht? Was ist denn die beste Strategie? Habe ich ein Video. Reich mit Altcoins. So funktioniert es nicht. Hier erkläre ich ganz genau, wie eine Altcoin-Season, wie dieser Rhythmus funktioniert und wie ihr dann davon auch profitieren könnt. Vor allem dann, wenn ihr aktiv handelt. Es ist keine Garantie natürlich, dass es klappt. Aber man muss schon verstehen, wie das ganze Spiel funktioniert. Denn die meisten, die vielleicht mit dem Sparplan dann über zwei Jahre versuchen, Altcoin anzusparen, werden sich wundern, warum das die letzten zwei Jahre nicht so gut geklappt hat. Und ansonsten auch Exit-Strategien. Ist sicherlich auch nochmal ein Thema. Komme ich dann aber zu, wenn es dann soweit ist. Ansonsten findet ihr auf unserer Website, bevor ich zum Ausblick komme und jetzt zu meiner persönlichen Prognose, auch Prognosen von unseren Analysten zu den großen Crypto-Coins in den verschiedenen Bereichen DeFi, NFT, Metaverse, Web3, Interoperabilität, Smart Contract, AI. Ihr findet zu allem etwas auf dieser Website. Wir haben so viel Inhalt und Herzblut hier reingesteckt. Guckt da regelmäßig drauf. Auch unsere News mit auch Kurzupdate und Prognosen auch zu kleineren Coins. Also Analysen. Guckt da gerne rein, wenn euch das ein Mehrwert liefert und speichert hier oben Stern drauf, Lesezeichen und Abfahrt. So, kommen wir zum Ausblick. Und was soll ich euch sagen? Wir sind in der wunderschönen Phase der Preisfindung. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir sind natürlich noch lange nicht durch. Wenn wir jetzt mal hier reinzoomen, dann sehen wir, ja, wir sind über einem Allzeithoch und wir haben das jetzt hier auch nochmal geküsst auf den 4-Stunden-Chart. Es bleibt jetzt erstmal noch volatil, ja. Denn, ich gucke jetzt hier nochmal rein, wenn wir uns die aktuellen Ergebnisse so anschauen, da liegt Donald Trump weiter vorne. Die Wahrscheinlichkeiten bleiben auch vorne, aber 85% ist schon wieder ein bisschen weniger, ist immer noch sehr, sehr deutlich. Aber, stellt euch darauf ein, dass das Ganze der Markt erstmal verarbeiten muss. Die erste Reaktion ist definitiv positiv, da kann man nichts drüber sagen. Wenn dieses positive Momentum aufrechterhalten wird, Trump Präsident wird, damit halt quasi diese Kerze hier bestätigt, dann glaube ich auch, dass wir hier sehr gute Chancen haben, dann auch Richtung 80.000 zu laufen. Jetzt muss man diese Dynamik durch drei Widerstände aber auch erstmal verarbeiten und diese Widerstände zu Supports ausbilden. Das ist jetzt charttechnisch zumindest mal für mich persönlich wichtig. Ansonsten bleibt natürlich das Sentiment, die Zinsentscheidung jetzt nochmal am Donnerstag und dann nächste Woche haben wir die ganze Woche verpackt und am Montag kann ich euch da dann nochmal einen konkreteren Ausblick für die kurzfristige Variante geben. Mittelfristig habe ich euch das ja auch schon mal gesagt. Gestern, im Video am Montag hatte ich das drin. Hier seht ihr auch nochmal geschrieben, könnt das Video pausieren, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Es geht erstmal rauf. Dann hatten wir schlechte Zahlen letzte Woche runter, der Risking vor der Wahl, ganz normaler Move. Wir sind in der vierten Reaktion, da habe ich hier geschrieben, Trump kurzfristig hoch, mittelfristig runter. Und mit mittelfristig meine ich hier wirklich sechs bis neun Monate, hatte hier das Szenario auch beschrieben. Glaube, dass wir hier aber dann eben durch die FED, billige Zinsen, also niedrige Zinsen, billiges Geld, hier wirklich nochmal einen Push sehen könnten, Allzeithochs bei Aktien und hier diesen Bullrun nochmal verlängern. Und mit verlängern meine ich, aber Aktienmarkt verlängern, bei Bitcoin und Krypto, den eigentlich nochmal erst richtig auslösen. Und da sind wir dann in diesem Szenario hier für mich, Renewed Optimism, wir sind jetzt genau hier. An diesem Punkt, wo nämlich jetzt dann auch die Medien, wenn wir auf dem Allzeithoch bleiben, draufspringen werden. Bitcoin Allzeithoch. Die Leute, die drin sind, sind jetzt optimistisch, weil jetzt ist jeder im Plus. Vergesst das nicht. Jeder ist jetzt im Plus, der bei Bitcoin jemals investiert hat, außer die, die gerade gekauft haben und jetzt ein bisschen runter sind. Nach diesem Optimismus kommt sehr, sehr schnell FOMO, Euphorie und dann eben auch der Peak, der in diesem Jahr schon sein könnte, der vielleicht aber auch Anfang nächsten Jahres erst sein könnte. Ich glaube nach wie vor, Ende Q1, Anfang Q2, vielleicht in diesem Zeithorizont wird es dann eine Wende geben, die Euphorie wird abflachen und das war dann erstmal der Peak. Ob der dann bei 120.000 ist oder bei 90.000, kann ich so jetzt nicht prognostizieren und absehen, hängt von der Marktdynamik ab. Das Wichtige ist aber, da erinnere ich jetzt an die Worte von Elon Musk in der letzten Woche und das hatte ich auch in der letzten Woche im Video, weil es meine Meinung auch widerspiegelt, die ich in den letzten Monaten hier vertreten habe. Mit Donald Trump wird es wirtschaftlich auf jeden Fall nochmal eine harte Herausforderung geben. Die Rezession und Softland, also die Rezession wird damit wahrscheinlicher beziehungsweise ein Wirtschaftsabschwung. Das Softlanding wird auf jeden Fall robuster eventuell und stellt euch das ein bisschen vor wie ein Flugzeug, ihr sitzt drin, kennt ihr diesen Moment, wenn ihr immer näher an den Boden kommt und eigentlich denkt, jetzt müsste doch eigentlich gleich mal das Aufsetzen kommen, aber es kommt irgendwie nicht und dann kommt es auf einmal ganz ruckartig und man wird so richtig durchgeschüttelt. Das wird das sein, was wir meiner Meinung nach Ende Q1, Q2 nochmal erleben. Stärkere Bremse heißt aber nicht, dass danach nicht das Flugzeug auch nochmal wieder aufsteigt, denn dann steigen die Leute aus, die nächsten steigen ein und dann geht der Flug weiter, wieder nämlich zurück. Also von daher, langfristig bin ich da optimistisch, die Statistik auch vom Montag will ich nochmal mitnehmen, US-Elections waren in der Regel immer danach auch positiv. Wir hatten natürlich Volatilität kurz nach der Wahl und ich bin da auch optimistisch mit Blick auf den November, der ja für Bitcoin statistisch gesehen auch immer gut war. Jetzt ist Vergangenheit nicht gleich Zukunft, ihr kennt das von mir natürlich, das Narrativ beachtet das, es geht aber um Wahrscheinlichkeiten und es wird natürlich noch in den nächsten sechs bis neun Monaten sehr viele Daten kommen, die werde ich für euch analysieren, aufbereiten und dann hoffentlich euch die Chance geben, eine Entscheidung zu treffen, denn letztlich müsst ihr die selbst treffen. Ich kriege dann immer wieder Kommentare, blä, blä, blubber, blubber, ja dann blubbert euch ein, ist mir egal, weil ich werde nicht derjenige sein, der euch sagt, kauft jetzt, verkauft jetzt, ich werde euch sagen, was ich tue, ich werde euch auch sagen, wann ich aussteige und wie ich das mache, ich habe diese ganzen Strategievideos für euch, aber mehr kann ich auch nicht machen, denn mein Ziel ist, euch zu selbst entscheidend zu machen und ich spreche euch auch nicht die Mündigkeit ab, dass ihr das nicht sein könnt und solltet ihr selber von euch auch nicht tun, denn langfristig ist das der einzig richtige Weg, irgendwann wird es hier keine Videos vielleicht mehr geben und wie macht ihr dann weiter? Also, in diesem Sinne, sehr gerne liken, interagieren, kommentieren, das Alltime High immer ordentlich mit Likes abflamen und feiern, schreibt es in die Kommentare, wie ihr euch gerade fühlt und dann wünsche ich uns hoffentlich noch eine sehr, sehr bullische Woche und haltet euch hier natürlich auf dem Laufen. In diesem Sinne, Leute, macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao.